Die Familie Reiser verstärkt. Einmarschieren. Es hat wohl noch ein paar andere dabei, aber Reiser hat schon den Meister. Jetzt müssen Sie den Obacht geben. Der Affolgerer ist es etwa so klein, was im Reglement steht, ob langsam oder nicht. Sie haben einen Bock zu schränzen, sagen Sie auch beim Zürichbiet. Und diese schränzen wie eine Sauhut. Für wen abfotern, links und marsch! Und ein wenig zackig und lebhaft! Richten! Für wen abfotern, ruhen! Nostalgie für wen abfotern, auf! Auf Kiganoten! Auf Kiganoten! Auf Kiganoten! Auf Kiganoten! Das war schon früher immer so. Der Einsatzleiter steht im Feuer. Und wartet, bis jemand rauskommt. Dann kommt noch raus. Wer hat sich das Klamotten schon? Wie ein Auftrag auf 4 Minuten zu pumpen, Wasserbezogssage hier in die Zembecki. Die Stange hier schürzt, ist gut. Da, Führerstellung, da. Du hast in den 4 Minuten gelegen, 30 Sekunden volles Rohr zu geben. Ausführen! Die Stangen nehmen hier Wasser und die Röhre dorthin und spritzen hier vorne. In den Führerreglementen ist übrigens auch ganz klar beschrieben, was man aus muss mit den Polen. Wenn der Martin jetzt gesagt hat, 72, dann nehmen wir nicht davon aus, dass sie 72% spritzen dürfen. Wir werden sehen, wie das geht. 72% nach Abbau. Erst die Rote tiefer abhaken. Marsch! Materialdepot, dann ziehen! Rote zwei und drei Banking abhaken. Marsch! In die Materialdepot! Und das geht dann Lebhoff! Lebhoff! Ach, nur mit dem Hunger! Rote eins und drei Wagenwerk feststellen! Marsch! Schwarz! Rote eins und drei Wagenwerk feststellen! Marsch! Tschüss! Rote eins und drei Wagenwerk feststellen! Wir machen den einen Regen um diese Pläne zu zweit und drei beingspolitischen Form Lak discovered. prisonersn наверnd auf der anderen Fl Nikkeiationsbrot aufhaken. Marsch! An der Arbeit, vorbereitet für Zugschleuch anzuschliessen, sehen wir der organisierte Verein, die Feuerwehr von Pfoten. Vier, Fünf, Druck seit der Stelle, Wasserbezugsort, je nach der Spritze, Rohrführerstelle, Haufen, Bock, Marsch! Zugleich ankuppeln! Marsch! Damit die Frauen und Männer von Abholtern der Tage im Rollen möglich machen konnten, hat es auch Leute gebraucht, die ein wenig Geld gegeben haben. Sie haben die Feuerwehr unterstützt, Sponsoring, und alle, die hier sind, heute als Besuch, sind auch Sponsoren, wenn ihr noch in die Festwirtschaft geht. Seid ihr ins Wasser! Auch das ist Sponsorenbeitrag für die Nostalgie Feuerwehr. Dann haben wir die Frage stehen, Kinder! Nein, nein, nein! Das hält man davon, wenn man die Nase zuvor ist, dann kommt man ein Braus. Ordentlich einstehen, Rote eins bis drei am Gerät, die anderen hinten drei, Marsch! Keine Bekäzenkalle! Rote drei, die hintere Druckstange einsetzen, Marsch! Das ist die oberen. Rote zwei, die vordere Druckstange einsetzen, das ist die untere, Marsch! Die einstehen, Mami! Auch beim Abfallter ist es so, dass die Uniform perfekt sitzt. Und die Sponsoren, auf den anderen Orten, bei den Oberarmen. Bei dem anderen sind es angespannt, die haben trainiert wie Verrucken. Pumpe, Baum, ein sicheres Köpfe. Pumpe, Baum, voren, durch, Marsch! Einsteu in die Vorkone, hinter dem Gerät. Warte! Jetzt haben wir das hier, Herr Kühe. Und gleich noch in der Tatsache, denn es ist ja so wichtig, lieber zu stehen und aus dem Marsch bewegen. Die Vorkone ist hier hinter dem Gerät. Marsch! Einer gibt den Fehler, die anderen nicht. Und ihr seht die Jetsen auf der Strasse vorbeifahren. Die Rost sehen also noch gut aus, sodass sie morgen mit der Sitte abgefahren sind zur Orbech. Wir werden sie dann näher sehen im Einsatz. Öm und Rost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in die hintere Druckstange marschieren, Marsch! Rohrführer, Rohrgreifen, wir landen ins Treppe, Marsch! 3, 4, 5, 6, 8, im Einsatz. Rost! 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 Der Test für die Türe kommt darauf an, ob sie den richtigen Faden genommen haben. Wir haben noch solche, die nein. Kommando, Gil! Bossa noch! Wasser! Du kannst gar nichts. Bei Wasser greifen wir ein. Jetzt haben wir das hier weg. Bossa noch! Bossa noch! Wasser! Das war nichts! Aufpassen, Kommando, Gil! Bossa noch! Bossa noch! Marsch! 1-2! 1-2! 1-2! 1-2! Wir können sicher sein, das geht auch mit Wasser. 1-2! 1-2! Einzuhal! 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 Die Töten haben sie nicht erst früh am Morgen in der Hülle gefühlt. Sie haben schon eine ganze Woche eingegriert, so diverse Festheplätze. Und ich habe gehört, dass sie schon bis am Morgen um fünf Uhr lang gehen konnten, wegen dem Noche exenzieren, bis das alles passt. Hecht go, 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 hecht go ... Und dann wären es vier Minuten,という Das ist die Karriere gar nicht. Das ist so, dass es so, dass es so, dass sie so ... Einstloch! Einstloch! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Aber in einer sollte nicht fehlen. Die Einbeissen, Dürrl, vor allem Blutteint, die Lötzschen sind alle dauernd. Während dem das Abholzern am Open-Einschallmachten auf der Bahn der Beschwarnungskatze werden wir Räume klägen, sie sind voll mit der Rote eingelüftet. Der Aschein kann manieren und melden. Und dann sehen wir sie als letztes Publikum. In den Abholzern vier Minuten Folgerung kommt. Wie ich die Schweißdruck schäpe, kann man immer ganz ruhig bleiben, die am Mann wissen, was sie machen. Die Einzige...